So, 321, willkommen zurück zu Kart Live. Ich bereite immer noch die Rache vor bzw. rüste mich wieder von Null auf an meine Leiche oder Leichen bzw. an das Inventar, was ich da unten in den Höhlen vor zwei Folgen oder so verloren habe. Oh, dafür nehme ich mir mal ein paar Fasern mit. So, hier sind auch noch ein paar. Ihr seht selbst, ich habe hier gerade nur eine Holzsichel, also das ist nichts besonders Stabiles, was ich mir in der Schnelle zusammenzimmern konnte. Mal schnell noch was essen. So. Gut. Inventar. Ich habe mittlerweile eine Steinrüstung und einen Steinhelm. Jetzt fehlt es an Steinen. Das läuft Alessandra als wunderbar. Ich springe jetzt einfach hier runter und fange an zu graben. Da, da habe ich ohnehin Steine brauche. Das Vieh lauert da schon. Lass mich in Frieden. Ich grab euch jetzt aus. Ach komm, schon wieder ein Bug. Mist. Ja, für Leute, die sich wundern, das Spiel ist noch nicht fertig. Das ist alles noch Early Access. Das ist alles. Das ist alles. In den Taum. Warte, wenn ich die 5 mache, kann ich die anschießen? Okay, geht. Und du blöder Robo. 1. Jetzt mache ich alle Blatt. So. Ist hier nicht irgendwie ein Gegner in der Nähe, der mich mal befreien könnte? Na komm, Flynn, komm hoch. Helf mir mal. So. 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 mich doch mal kann ich was bauen irgendwie eine grundplatte holzdecke einfaches fundament mal schauen ob das geht acht ok und wenn ich jetzt beispielsweise noch treppe bau beispielsweise in diese richtung komme ich jetzt raus jawohl endlich so gut jetzt wird das ding ausgegraben schauen ob ich meine treppe freilegen kann so schön das spiel hat sich wieder gefangen so schön so schön gut 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 Jetzt graben wir das Tunnelsystem aus. Ich habe jetzt keine Angst, ich bin im Freien und kann wegrennen, egal ob das hier zischt oder nicht. So. 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 so springen wir hier runter und graben weiter im inventar mal kurz ist jetzt euer ernst dass mir holz fehlt um nicht mit spitzhacke zu bauen wehe wenn ich jetzt hier nicht rauskomme das läuft jetzt sowas von schief bei mir oh gott oh gott gut dann brauche ich wohl noch ein bisschen holz hier sand oder die erde sogar nur scheiße 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 wie beschissen das aber auch alles läuft hier wölfe lasst mich in frieden ich habe nicht die geringste lust mit euch zu spielen was soll das hier dummen wölfe mann ich bin hungrig jawohl so inventar ich habe das und kann mit sicherheit wand fackeln herstellen stellen wir zwei her die kommen hier hin so holz ach man wie super dämlich dass auch alles läuft hier grad so inventar jetzt aber wie eine eine reicht erst mal für eine zweite brauchen noch mehr holz gut fason 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 fian fason fика f渡 3 so jetzt sollte ich doch genug holz haben ich esse ein wenig wechsel auf die 1 runter felsen weg so ecke weg gold kann ich leider nicht abbauen so da kommt schon wieder so ein wichser ja scheiße abhauen 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 nicht runterfallen scheiße renne 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 scheiße dreck dass ich sowas von keine chance im moment gegen die fichte habe komm raus hier komm raus scheiße scheiße komm erhole dich erhole dich weiß gerade nicht was vom loch wir stecken ich höre schon wieder da hat sie Roboter das gibt es nicht ich nächstes loch gefangen ja ja okay ich glaube ich sehe da oben im himmel meine fresse ja ist das kein himmel hier okay gut gut gott sei dank jetzt ist der wichser wieder da scheiße abh Gott, scheiß die Wand an. Inventar, Schwert, Bolzen, Schwitzhacker, Schwert, Helm, Brustplatte, und wo ist meine Steinhose? Die habe ich wohl gar nicht angelegt. Oh Mann. Aber hier gibt's Kupfer. Das gibt's doch nicht. Der tyrannisiert mich. So. Fünf. So, hat er sich festgepackt. Sehr schön. Koppelnmecher. Verdammt. So. 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 So, ich gehe hier hin, beende die Folge, in der nächsten werde ich höchstwahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen Kupfererz hier mir abbauen, ich muss mich ein bisschen konkurrenzfähiger machen, weil im Moment da wischen die mit mir den Boden, in der Höhle, zumindest dort wo ich rein möchte. Also dann, tschüss und tschau, bis zum nächsten Mal bei Kart Live. Tschüss. 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 Tschüss.